Suchen und zerstören. Fümmert euch um das Zielobjekt. Man muss sich auch Zeit zum Nachdenken gehen. Können wir 2-2 machen oder wie machen wir das am besten? Am besten entscheiden wir uns beim Angreifen für eine Bombe und dann rennen wir da alle hin. Ja. Also. Fein. Oh, da kommt noch einer. Über rechts. Ach du Scheiße. Ach. Wir hocken mit MG rum. Oh, lol. Sascha, letzter Mann. Super. Hey. Das war so viel Druck. Frank Lampert ist auf Platz 1. Musst du auf Platz 4 oder was? Aber wir sind schon mal eine weniger. Hm. Zerstört das Ziel ab jetzt. Ich hab wieder 5 gegen 6. Es ist Zeit gemein zu sein. Wir laufen mit der Bombe. Oh, von wo bin ich denn geholt worden? Ach, er kam mir da. Mit dem MG 42. Er leckt mich am Arsch. Oh, von wo war das jetzt? Hä? Oh. Oh, die sind echt am Campen, ey. Heiße. Die Wichser können sich nicht verstecken. Loll. Kommt der denn her? Oh, wie billig mit der Pistole. Loll. Quickscope. Das ist jemand, wo der ist. Gute Arbeit. Aber noch ist es nicht vorbei. Scheiße. Loll. Ich hab die meisten Känzer. Suchen und zerstören. Kümmert euch um das Zielobjekt. Nutzt alle Sinne. Sehen, hören, kühnen, riechen und schießen. Wir haben die Bombe. Ach, Alter, ey. Die spielen aber auch kacke, ey. Scheiße. Für die Gegend hofft er da wohl in so einem. Seit wann kann man da hoch? Ja, platziert bei B. Die Bombe ist bereit. Wow. Aber noch ist es nicht vorbei. Hey, wieso krieg ich... Suchen und zerstören. Das Zielobjekt verteidigen. Nutzt alle Sinne. Sehen, hören, fühlen, riechen und schießen. Ich gehe mal Richtung A. Der Feind hat die Bombe. Oh, die kommt von hinten. Vorsicht, von da. Durch die Wand. Boah, den habe ich gar nicht gesehen. Wo bist du gestorben? In der Nähe A. Ich nehme B. Man kann in der Deskcam nicht sehen, wer die Bombe hatte, oder? Weißt du... Aber noch ist es nicht vorbei. Nein, ich glaube nicht. Suchen und zerstören. Haltet das Zielobjekt. Es wird Zeit zu glänzen. Der Gegner hat die Bombe. Ich habe einen. Und noch zwei. Nein. Einer. Nein, im Spawn. Schön, Onko. Lol. Oh, da hinten ist schon einer. Vorsicht. Hab ihn. Oh. Die Cooper-Karabiner, ey. Die ist der Hammer, ey. Nein. Ach Mann, ey. Der ist schon wieder da oben? Ja. Gut. Wow. Nice. Haha. Da sind wir wieder. Ach, Alter, ey. Die mit ihren perfekten MGs, ey. Eine habe ich. Die Leitbombe kann abgeworfen werden. Ich habe meine Gleitbombe, Leute, bei B. Vorsicht. Direkt der Treffer. Wachhund. Wachhund, einsatzbereit. Wachhund, einsatzbereit. Wachhund bereit und weh. Verbündeter Wachhund ist unterwegs. Verbündeter Wachhund. Wir haben die Bombe verloren. Wir haben die Bombe. Verbündeter Wachhund. Wir haben die Bombe. Verbündeter Wachhund. Verbündeter Wachhund. Wo wird platziert. nein du scheiß wichser wo ist mein hund auch getötet dann scheint nicht viel aus und der hund war sofort tot ich fasse es nicht ich kann mir hierbei ein bisschen rum bin tot ja du bist ein tier wir haben die bombe schade schade die bombe gehört uns ja ich hätte es wissen können ach man ey wieso muss ich denn die tasten gedrückt halten wenn ich eine tür öffne was ist das denn für ein schmutz hier läuft einer wo ist der schieß einfach hier durch boah leute habt ihr das gesehen gut gespielt und verdient gewonnen boah volle pulle leute ja der hat ja auch auf mich geschossen durch den zaun der konnte mich gar nicht sehen das war ja mal eine geile runde ja hast du gesehen wie schnell der gestorben ist bei mir unfassbar ja ach wieso denn paketverlust das war ein specht der krieg specht lol lol da kämpft er hier oben alter schwede was hat der denn für eine pro gamer wasser früher hat man gesagt der hatten nachkampf skript was hat der eine denn dein chat geschrieben das würde ich jetzt mal gerne wissen afk achso das ist ja nett das zielobjekt vernichten nutz alle sinne sehen hören fühlen riechen wo geht man denn am besten hin hier die aufklärung ist in der luft wir haben die bombe die wichser kann sich nicht verstehen die lage nicht hier wetten die ane wohnung nein ach alter wie viel sind denn hier jetzt die gegner reingelaufen sind ja voll 20 gegner hier wir wollen verstecken spiel ach er lungert er wieder wir da gleich wieder boah lol warte alter wie heftig ist die betäubungsgranate hoho ich war auf dem drauf verstehs nicht guck der ist gut hier der karma ist das ein was hat denn der da für eine waffe das ist ne hunderte wunderte das zielobjekt zerstören es wird zeit zu glänzen wir laufen mit der bombe warum kann ich sie weiß nicht durch wende kann man durchschießen aber nicht durch strohbein boah da kämmt einer hinten am panzer bei a vorsicht der hat ja gar kein recoil oben in dem stahl ist einer drin da ist einer drin oben boah boah alter weißt du noch die diskussion in deinem youtube video wer movement kann ist klar im vorteil ja und dieser idiot da der meinte er kriegt mit seiner maus alles weg oder was ach ja ich weiß wie du meinst ne weißt du noch ja weiß ich gar nicht mehr vor mir gibt es kein verstecken so einen kentartig weg noch einen komm die machen wir auch noch ah da ist einer oben drin ach der hat mich auch gemessert die Drecksau willst du sag ach ne der ist ja gar nicht bei uns im Discord wo ist der ich höre überall Bühne ich höre überall Bühne ja schaffste ich war drauf es ist doch nicht vorbei es ist so schlimm das mallor kam hat habe ich ja keine chance hat mich jetzt jede runde holt der pimmel hier ist einer im haus dann nein du fotze das kartan hat eine höhere reichweite oben ist einer dann vor sich ich höre ja so der dreck sack ich bin gerade erschrocken ein Messer als die Meta in Welten hat ich habe gedacht das wäre eine coole Idee wenn ich mich da hinsetze ja der wollte mich gerade messern der bastard ist nicht meine runde der kam gerade mit seinem katana hinter mir her habe ich ihn erstmal ins gesicht geschossen kam nur noch einer ist der afk unten bei der mühle ist der hinterlinie nur ist eben lang gelaufen da unten durch meinst du auf der anderen seite im haus vorbei ist er eben da laufe ich mal oben rum ok danke da hat es geknallt ach wie abgebohlt er macht einfach ein c4 auf der smina oder was das war ja das ist mir gestern auch passiert mal was ist das denn was ist das denn was ist das denn jetzt so wie vollstrecke kassiert nun habe ich schon wieder gemessert dieser wichser mich auch ich will das schwert haben jetzt verdammte hacke ich habe das auch aber ich habe nicht ich habe nicht die geduld ist aber auch ganz schön frechner mit dem messer also immer einfach mit dem messer ist sehr gut suchen und zerstören zerstört das zielobjekt man muss sich auch zeit zum nachdenken nehmen wir haben die bombe noch mal eine drohne weiß nur einer das ist eine schnelle runde ich dachte ich hätte denke ich habe ja auch die 100 ob wir jetzt gewinnen das wäre ja geil schon 40 zurücklagen das wenn man zum zum spielen ist einer mit dem katana wo ist man da geht mir so offen sagt der wichser das letzte opfer ja der hat mich aufgeholt suchen und zerstören das zielobjekt verteidigen ich glaube da rennt nur damit rum das hat einen kleinen penis scheiße hier ist ja auch noch einer von uns im haus der gegner hat die bombe der flacht ist gewonnen aber der krieg geht weiter wahnsinn ey was ist denn das für eine spannende runde ich weiß nicht ob wir fast so spannend wie damals das boris becker match vor vielen jahren ich weiß nicht ob sich da jemand daran erinnern kann es war auch so ein hin und her wie die am schreien sind hinter dem panzer ist jemand hab ich verfehlt hinter dem zweiten lol ich wusste dass ihr es könnt das ist ja geil das ist wirklich nice das ist wirklich nice das ist wirklich nice das aim mitten immer in die fresse rein ich geh schnell raufen ich geh schnell raufen jup ah schon zwei wins das ist ein 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 Vielen Dank.